Musik Urigen Charme mit modernem Wohnkomfort verbindet die Liegenschaft, welche wir Ihnen heute vorstellen. Moin aus Hamzwerum. Das hübsche Feenfriesenhaus datiert aus dem Baujahr 1999 und befindet sich in ruhiger und küstennahe Wohnlage. Das Grundstück bemisst rund 699 Quadratmeter und 120 Quadratmeter Wohnfläche sind hier zu finden. Jetzt möchte ich Sie gerne mit auf einen Rundgang nehmen. Wir befinden uns jetzt im Erdgeschoss im Flur. Im Eingangsbereich begrüßt uns direkt eine hübsche Eingangstür mit der typischen ostfriesischen Raute in grün. Weiter geht es hier gerade auch über den Flur. Am Boden ist teilweise Fußbodenerwärmung zu finden. Zur linken Hand geht es in das erste Badezimmer. Dieses ist mit einer Dusche, einem Handtuchheizkörper und einem Pissoir ausgestattet. Einen Raum weiter gelangen wir in das Schlafzimmer. Am Boden ist Schiffsbodenparkett zu finden. An der Decke sieht man die hübsche Holzbalkenlage. Hier treffen hochwertige Materialien wie das Holz auf Mineralputz und bieten ein besonders gesundes Raumklima. Weiter geht es hier über den Flur in die gemütliche Wohnküche. Diese ist ebenfalls mit dem Schiffsbodenparkett ausgestattet und eine Einbauküche im Landhausstil ist hier verbaut. Diese bietet den ausreichenden Stauraum und ist bereits im Kaufpreis enthalten. Besonders schön ist der direkte Zugang von hier auf die Terrasse und in den Garten, aber dazu später mehr. Angrenzend an die Küche befindet sich der Hauswirtschaftsraum. Dieser ist gefließt und bietet Ihnen ein Waschbecken und weitere Staumöglichkeiten. Hier ist auch die Brennwerttherme aus dem Jahr 1999 untergebracht. Auch der Garten ist von hier zugänglich und erreichbar. Jetzt möchte ich Sie mit in ein weiteres Highlight dieses hübschen Hauses nehmen. Das geräumige Wohnzimmer ist ebenfalls mit Schiffsbodenparkett ausgelegt. Ein besonderer Blickfang in diesem Raum ist der italienische Ofen, der für wohlige Wärme sorgt. Auch vom Wohnzimmer aus erreichen Sie den Außenbereich. Die großen Fensterflächen sorgen zudem für einen besonders schönen Lichteinfall. Jetzt möchte ich Sie gerne mit ins Obergeschoss nehmen. Wir befinden uns jetzt im Obergeschoss. Der geräumige Flur bietet Ihnen ausreichend Abstellmöglichkeiten und auch Platz zum Beispiel für eine kleine Sitzecke. Hier zur rechten Hand gelangen wir jetzt in das zweite Schlafzimmer. Hier im Obergeschoss ist überall Holzdielenboden verlegt. Der große, gemütliche Raum mit den Dachschrägen bietet ausreichend Licht durch zwei große Fenster. Über den Flur zur linken Hand ist das zweite Badezimmer zu finden. Das freundliche und helle Duschbad ist auch zusätzlich mit einem Handtuchheizkörper ausgestattet. Hier vor Kopf gelangen wir jetzt in das dritte Schlafzimmer. Ein ebenfalls gemütlicher Raum, dennoch eine kleine Dachbodenluke und abseiten bietet Staumöglichkeiten. Jetzt möchte ich Sie gerne mit in den Außenbereich nehmen. Herzlich Willkommen im Außenbereich. Der Außenbereich punktet mit einer Terrasse in Südlage und einem sichtgeschützten Garten, der durch eine Hecke eingefriedet ist. Zudem ist eine Rasenflechte zu finden und eine ältere Gartenhütte. Im vorderen Bereich bieten sich Ihnen zusätzlich noch gepflasterte Pkw-Stellplätze. Dieses Wohlfühlhaus hier in Hamswerum ist ideal für ein Paar oder eine kleine Familie geeignet. Die liebevolle Ausstattung und die gemütliche Atmosphäre werden auch Sie begeistert. Wenn Ihr Interesse geweckt ist, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Das Ahoi-Team wünscht Ihnen einen schönen Tag. Das Ahoi-Team wünscht Ihnen einen schönen Tag.